Hallöchen, willkommen wieder bei einem Info-Video. Und zwar, ich will gerade ehrlich zu euch sein, habe ich keine Lust mehr auf Splinterself fürs Erste. Außer bei uns, ja, es ist mir irgendwie zu langweilig geworden. Keine Ahnung. Das heißt, ich werde es pausieren bis zu Anfang der Winterferien, äh, der Sommerferien, äh, der Weihnachtsferien natürlich. Äh, bis zu den Weihnachtsferien werde ich nichts mehr machen. Ich habe dann in den Weihnachtsferien viel für euch vorbereitet. Unter anderem geht es weiter mit Minecraft. Da werden wir Staffel 2 anfangen. Und zwar Part 50 bis 100 machen. Und der Start ist der 22.12.2012. Also am Samstag. Ebenso wie Pokémon Kristall. Wir werden Pokémon Kristall anfangen zu let's playen. Wir werden uns dann die Höhen, äh, die Höhen, ich meine die, äh, die, die, die Yoto-Region vornehmen. Außerdem habe ich noch was für euch geplant und zwar ein Weltuntergang Special am 21.12.2012, an dem die Welt untergehen wird. Von daher sind die nächsten, von daher müssen wir gar kein Minecraft und Pokémon Kristall eigentlich machen. Aber egal. Naja, das fürs Erste als kleine Nebeninfo für euch. Ähm, falls ihr euch wundert, warum in der nächsten Zeit so wenig Parts kommt. Ja, ich habe viel zu viel Schule gehabt. Deswegen konnte ich nicht so viel Parts hochladen. Seit September ungefähr. Habt ihr das wahrscheinlich schon gemerkt. Und ja, hm, in den Ferien wird es sich ändern. Dann mache ich wahrscheinlich wieder über 30 Minuten Parts. Spin the Cell Pandora Tomorrow werde ich wahrscheinlich auch mit 30 Minuten Parts fertig machen. Weil ich habe gemerkt, das geht nicht so gut mit den 15 Minuten. Da ist es total ungewohnt bei mir. Ich bin ja so einer, der gerne am Stück sehr viel aufnimmt. Und dann motiviert ist, dann am nächsten Tag wieder viel aufzunehmen. So, das ist so mein Stil, ähm, Parts aufzunehmen. Und mit 15 Minuten, da muss ich immer, immer ein Stückchen machen. Und ja, dann bin ich am nächsten Tag nicht so motiviert, weiter zu spielen. Weil ich ja immer nur ein Stückchen mache. Deswegen ist es mit den 15 Minuten sehr ungünstig bei mir. Ja, wie man es nach den Ferien machen, muss ich noch schauen. Also, vielleicht werde ich dann wieder ein Video machen, um euch zu informieren. Und ja, das war's fürs Erste. Dann sehen wir uns am 21.12. wieder. Wenn die Welt untergeht. Epische Musik. Und dann war's für dieses Infovideo. Bis dann, Leute. Ciao.